Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Creek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Im folgenden Video gehe ich der wichtigen Frage nach. Kann Arnold Schwarzenegger Schach spielen? Jeder kennt Arnold Schwarzenegger. Ich glaube, ich brauche ihn nicht vorzustellen. Der Terminator aus Österreich hat in vielen Situationen seine Liebe zum Schach kundgetan und es gibt viele Artikel im Netz und auch Videos, wo man ihn Schach spielen sieht, auch mit Kindern. Allerdings gibt es eigentlich nur eine Partie, die überliefert ist. Also ich habe eine Partie gefunden und die ist gegen Garik Asparov aus dem Jahr 1992. Wo sie genau gespielt wurde, kann ich noch nicht mal sagen. Garik Asparov führte hier die weißen Steine und diese Partie wollen wir uns anschauen. Schwarzenegger spielt natürlich mit Schwarz. Es geht los mit E4. Schwarzenegger antwortet mit B6. Das ist die Owen-Verteidigung, eine eher seltene Verteidigung. Wir wissen, auf E4 sind die Hauptzüge eher E5, C5 oder auch C6 oder E6. D4. Weiß besetzt das Zentrum mit zwei Bauern. 1992, da war Kasparov amtierender Weltmeister und natürlich auf der Höhe seines Schaffens. Hier setzt Schwarzenegger mit Läufer B7 fort, entwickelt den Läufer und attackiert diesen Bauern auf E4. Ich erinnere noch an eine andere Partie aus meiner Serie über Promis und zwar die Klitschkos. Die Klitschkos spielten hier Läufer A6 an der Stelle. Das ist ein Fehler gegen Elisabeth Peetz. Das Video könnt ihr euch auch gerne anschauen. Läufer B7 greift den Bauern an. Läufer D3 entwickelt den Läufer und deckt hier den Bau auf E4. Der Hauptzug hier ist E6, um sich weiterzuentwickeln. Die Hauptidee ist dann mit Zügen wie C5 und D5, das weiße Zentrum zu attackieren. Häufig wird es auch entwickelt. Schwarz aber vorher den Springer nach F6, bevor er das weiße Zentrum weiter attackiert. Denn Weiß hat im Moment eine Übermacht im Zentrum. Schwarzenegger wählt aber hier den Zug F5. Ich kann nur spekulieren, ob ihm das jetzt selbst in den Sinn gekommen ist oder ob er vorher jemanden hatte, der ihm gesagt hat, pass auf, spiel mal in diesem Casual-Game gegen den Weltmeister mal F5. Mal gucken, ob Kasparov die Widerlegung kennt. F5 ist ein Fehler. Und jeder, der schon länger im Schacht dabei ist, hat das schon mal gesehen und weiß, das funktioniert nicht. Hier F5. Die Idee von Schwarz ist, er greift den Bauern E4 zweimal und fragt Weiß, willst du auf F5 nehmen? Weil dann schlage ich auf G2 und bedrohe dann am Ende deinen Turm. Traust du dich auf F5 zu nehmen? Natürlich kennt Kasparov die Widerlegung und schlägt auf F5. So, Schwarz schlägt jetzt hier auf G2, greift den Turm auf A1 an. Der Turm auf A1 ist nicht mehr zu retten. Schwarz scheint hier Material zu gewinnen, aber der schwarze König steht natürlich jetzt hier sperngelweit offen, weil hier die Diagonale geöffnet wurde durch den Vormarsch des F-Bauern. Und das kann Weiß hier nutzen mit Dame H5 Schach. Schwarz hat nur einen Zug, um das Schach abzuwehren. Er kann nur mit G6 jeder Schach blocken. Und jetzt seid ihr dran. Wie geht es hier weiter? Das ist jetzt auch ein bisschen Taktiktraining für euch. Einfach mal hier die besten Züge für Weiß finden. Es geht natürlich weiter mit F schlägt G6. Das ist nicht besonders schwierig. Und hier gibt es nur einen Zug, der Schwarz so ein bisschen am Leben hält. Weiß droht hier einfach Schachmatt mit G7, was die Dame demaskieren würde und Schachmatt. Oder G schlicht H7. Das geht auch. Das ist das Gleiche. Das heißt, Schwarz muss etwas gegen diese Drohung unternehmen. Er kann nicht einfach den Turm schlagen. Hier, das ist Quatsch, weil dann G7 einfach direkt Schachmatt uns. Zum Beispiel. Arnie spielte hier Springer F6. Was mache ich denn? Entschuldigung. Springer F6. Bin an eine falsche Stelle gesprungen. Springer F6 griff die Dame an auf H5. Das ist ein grober Fehler. Wie gewinnt hier? Weiß. Ihr dürft jetzt hier dem Schwarzen den Dolchstoß versetzen. Und zwar geht das mit G7 oder G schlicht H7. Schach. Das ist beides das Gleiche letztendlich. Der Springer schlicht die Dame und dann kommt Läufer G6. Schachmatt. Und die Partie war schon nach acht Zügen vorbei. Zwischen Kasparov und Schwarzenegger. So, wir gehen jetzt aber hier mal zurück und lernen mal so ein bisschen noch hier, wie die Variante wirklich geht. Und das ist jetzt ein kleines Stück Schachtheorie. Nicht besonders relevant, aber wenn man es erstmal einmal gesehen hat, ist man gewappnet. Falls mal ein Schwarzspieler gegen euch sowas spielt. So, der einzige Zug hier für Schwarz lautet Läufer G7. Das ist der beste Zug. Warum? Weil es dem König Platz macht hier, damit er nach F8 fliegen kann. Es geht weiter mit G schlicht H7. Das ist logisch. Greift König und Springer. Der König geht jetzt nach F8. Hier gibt es verschiedene Gewinnfortsetzungen für Weiß. Wir schauen uns aber nur eine an, weil es reicht ja absolut aus. Eine Gewinnfortsetzung zu kennen. So, immer noch der Turm ist angegriffen hier auf H1. Können wir nicht retten, aber der Schwarze König steht so schlecht. Wir können ihn angreifen. Das tun wir hier mit Springer H3. Das ist ein guter Zug, den die stärksten Engines heutzutage als erste Option angeben. Ideen sind zum Beispiel Springer F4, Springer G6, aber auch Springer G5, um hier Matt zu drohen. Gibt einige Ideen. So, hier schauen wir uns jetzt zwei Züge an, zwei logische Züge. Erstmal Läufer schlicht H1. Wenn man den Turm schlägt, wie geht es hier weiter? Dann geht es weiter mit Springer G5. Es droht Schachmatt auf F7. Hier auch zwei Fortsetzungen und zwar Springer H6. Das deckt das Feld F7 und verhindert das Matt. Hier geht es weiter einfach mit Springer C3. Wir entwickeln uns weiter. Schwarz hat jetzt den größten Teil der Drohungen abgewehrt, aber der König steht so schlecht, dass der Computer sagt, es ist egal. Wir entwickeln uns einfach weiter und Schwarz wird auf lange Sicht diese Partie verlieren. Zum Beispiel nach E6 hier Springer E2 und dann diese Idee nach G6 zu gehen mit dem Springer ist sehr, sehr stark. Ein weiterer Zug hier ist Springer C6 mit Angriff auf diesen Bauern hier. Was mache ich denn da? Diesen Bauern hier, aber das ist egal. Es geht weiter mit Läufer D2. Springer schlicht D4, lange Ruchade, greift den Läufer auf H1 an und wenn er jetzt zurückgeht, gewinnt Weiß sehr sehenswert mit. Das ist alles nicht so einfach zu sehen, wenn ich ehrlich bin, aber wenn man es einmal so von jemandem gezeigt bekommen hat, dann kennt man ein paar Ideen. Springer E6 Schach, Springer schlicht D6 und jetzt Läufer schlicht H6. Schlägt den Springer und hier ist Dame E5 ein großes Problem von Schwarz und Turm G1, womit der Druck auf den G7 erhöht wird. Dieser Bauer hier auch F7 ist extrem stark, wird vom Läufer gedeckt und bindet hier die Kräfte, nimmt dieses Feld weg. Das ist eine Variante. Gehen wir zurück nach Springer H3, Läufer schlicht H1, Springer G5 und hier Läufer D5, womit auch das Mat abgewährt wird. Hier gewinnt Weiß durch H schlicht G8 Dame, Schach, König schlicht G8. Läufer schlicht G8, kommt Dame F3 Schach mit Doppelangriff und man gewinnt hier den Turm. Und hier hat man als weißer Bauern erstmal mehr nur, aber der schwarze König ist halt auf Dauer sehr, sehr schlecht postiert. König schlicht G8 hier, Läufer H7 Schach, König F8, Springer C3 und auch hier steht Weiß klar auf Gewinn. Der Läufer ist angegriffen, er kann aber nicht F7 und F3 decken. F7 muss er decken, um das Mat abzuwehren und wenn der Läufer dann halt wegzieht, sagen wir mal nach, ja wo kann er denn hin überhaupt? Nach E6, dann kommt Dame F3 Schach und Dame schlicht A8 schon wieder. Ein wichtiges Motiv hier. Übrigens hier, Dame E8 funktioniert auch nicht wegen Läufer, muss man kurz schauen. Ne, das funktioniert nicht wegen Schlagen auf G8 auch einfach. Turm schlicht G8, Springer, Turm schlicht G8 Schach, Springer H7 das Mat. Oder König schlicht G8, gewinnen wir die Dame. Beziehungsweise setzen dann Mat. Also Dame E8 geht hier auch nicht. Gut, die Varianten sind nicht so super trivial, aber Weiß steht objektiv halt auf Gewinn. Nach Springer H3 schauen wir uns noch einen weiteren Zug an, Springer F6, was die Dame angreift. Hier spielen wir die Dame auf G6, greifen den Läufer auf G2 an. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Schwarz schlicht den Springer oder den Turm. Sagen wir Läufer schlicht H3, Turm G1, droht Matt, Turm schlicht H7 ist der einzige Zug. Dame G3, greift den Läufer und den Turm an vor allen Dingen. Der Turm darf nicht wegziehen, weil G7 gedeckt werden muss. Hier bekommt Weiß mit Zinses Zins sein Material zurück. Schauen wir uns noch die letzte Variante an, Läufer schlicht H1 hier, Läufer H6, greift den Läufer an, Turm schlicht H7, Springer G5. Es droht wieder Matt auf F7 und Springer schlicht H7 auch. Weiß bekommt hier einfach das Material zurück. Springer schlicht H7 bekommt hier seinen Turm zurück und hat weiterhin sehr starken Angriff. Zum Beispiel Springer E8, man muss ja das Matt auf G7 decken, was drohte, Springer G5. Und das ist ja einfach verloren. Dame F7, Läufer schlicht G7, droht zu viel. Ja, das waren die relevanten Varianten nach Läufer G7, was die einzige Fortsetzung ist, die diese Variante überhaupt noch ein bisschen am Leben hält und Weiß zwingt, ein paar gute Züge zu finden, falls er sie nicht schon kennt. Arnold allerdings spielte hier Springer F6, wie ich schon gezeigt habe, und ließ sich Matt setzen nach acht Zügen nur. Tja, was sagt uns diese Partie über das Schachkönnen von Arnold Schwarzenegger? Nicht besonders viel, wenn ich ehrlich bin. Der Sample ist einfach zu klein. Und ich vermute, er hat das gespielt, weil es wahrscheinlich irgendjemand ins Ohr geflüstert hat. Er hat gesagt, pass auf, ich spiele mal hier diese Variante. Vielleicht kennt Kasparov sie nicht. Vielleicht kannst du ihn auf den falschen Fuß erwischen. Ich bin mir sicher, dass er nicht selbst darauf gekommen ist, weil einfach so kommt man nicht auf diese Variante. Muss ich vorher schon mal gesehen haben. Ja, ich hoffe, Arnold spielt auf jeden Fall in seinen Privatgames etwas besser als in dieser Partie. Ich kann seine Spielstärker nicht einschätzen. Das war die einzige Partie, die ich von ihm auch gefunden habe, wenn ich ehrlich bin, gegen Garik Kasparov. Ich weiß nicht, habt ihr eine andere Partie von ihm schon mal irgendwo gesehen, die überliefert worden ist, die ich auch zeigen kann, analysieren kann? Würde mich freuen. Dann postet es einfach als Kommentar unter dem Video. Und falls euch das Video um meinen Kanal gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonnieren würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen.